Die habe ich für den letzten Bond-Film, On Her Majesty's Sixth Service, gebaut und für diesen hier etwas weiterentwickelt mit dem neuen Sucher hier, wo ich die Kamera eben ziemlich vor mir halten kann und trotzdem durch diesen Spiegelsucher nach vorne sehe. Ich bin in Filmmakingen durch meine Passion für Skiing. Ich habe versucht, Menschen zu erzählen, was das Sport ist. Und die Art, wie ich die Leute erzähle, war durch meine Kamera. Und ich habe angefangen, zu Ski mit der Kamera zu einer sehr early Zeit, als Skiing war nicht ein großes Problem für mich als Athletiker. Und ich konnte, um, you know, ski at high speeds, keeping up with the downhill racers. Und ich habe eine große Chance, um diese Film Sequenz zu machen, in ein paar James Bond Films, um diese Technik zu entwickeln.